Ihr hört das Teewasser? Guten Nacht, guten Morgen. Es ist jetzt halb elf, elf. Ich denke mal so in einer halben Stunde werde ich nicht aufmachen und eben noch die E-Mails checken. Und das, was gerade so auf WhatsApp gelaufen ist. Und dann geht's los. So, es ist jetzt kurz nach Mitternacht, ungefähr gefühlt minus vier Grad kalt und ja, jetzt geht's los. Ich habe eben noch mal alles gecheckt und ja. So, ich bin jetzt in Polen angekommen, auf dem Lkw-Rastplatz. Heute kostet der Liter Diesel 7 Slotty 99 und ich habe den Euro umgetauscht mit 4 Slotty 60. Wir haben ungefähr 0 Grad draußen. Und ich hoffe einfach mal, dass der Berufsverkehr jetzt gar nicht so stark ist. So, wir sind jetzt hier in Posen. Die Flüchtlinge sind hier in der Arena untergebracht. Und ja, in diese Arena gehen wir jetzt rein. Mal schauen, was das hier so gibt. Bis zum nächsten Mal. Mein appel ist Dr. Hallo. Hallo? Okay. Das ist die Arena. Okay, wow. Boris. Hallo Boris, grüß dich. Das ist Valeria. Valeria. Lera. Oh, gut. Bravo. 1, 2, 3. Okay, fine. Wir sind bereit. Jeden 1... 1... 1... Ja, die Atmosphäre ist schon leicht bedrückend. Aber sie kümmern sich. Das ist toll. Bin sehr ergriffen. So, ich bin immer noch am Fahren. Und jetzt aber wieder auf dem Rückweg. Von Posnan über Berlin nach Wittenberg. Ich habe eine Mutter mit drei Kindern an Bord. Eine liebe Dame mit einem Akita. Und da schwenke ich dann gleich mal rüber. Und dann haben wir da hinten die Lydia. Und ihre Kinder. Und ihre Kinder. Ja, in Posen gibt es eine Arena. Und da sind die Flüchtlinge untergebracht. Auf Feldbetten, ganz klassisch. Ist jetzt nicht gerade schön, aber es ist warm. Und ja, da haben wir sie jetzt erstmal weggeholt. Und kennengelernt habe ich Lydia am Bahnhof. Da wird offensichtlich so einiges gemanagt. Ja, und wer Lust hat, kann da gerne nochmal hinfahren. Also der Bedarf ist groß.